Spacepad 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 Moinsen, wir haben uns gedacht wir spielen mal wieder eine Runde Rocket League für euch. Ja, das sehe ich auch so. Und zwar ein bisschen ranked. Und ich spiele den Breakout. Und ich spiele mal wieder den Octane. Klasse. Ja. So, dann suche ich mal ein Match. Ja, wenn natürlich cool. Ja. Ich will hoffen, wir finden es instant. Ja, sieht nicht so aus. Also instant ist ja jetzt nicht. Finde ich jetzt schon ein bisschen schade, aber... Zwei Minuten, alles klar. Ah. Wunderbar, waren doch keine zwei Minuten. Gut, ich nehme mal an, das wurde rausgefunden. Ne. Ne. Er dann hat nicht... Und Tompa. Jetzt hattest du gewinnen, ne? Ja, dann war viel Spaß. Oh oh. Habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, der zufällig, äh... Nix draus geworden ist. Oh schön. Das war gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Oh, was? Ja, normal. Richtig normal ist das. Eben am Limbless. Ah ja. Was ist das denn hier? Und da ist er drin. Ja. Alles klar. Den haben wir gewonnen. Ah, siehste. Ersten ausgespielt. Ist bei dem gelupft. Sack. Sauber. Ja. Jetzt müssen wir mal teure folgen. Also eins reicht schon, also, weißt du? Ja, solange die jetzt keinen machen, hast du recht. Ne, machen jetzt 10 oder so. Was ist das? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Also den könnte man jetzt reinlassen. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, den wollte ich aber jetzt machen. Ja, gut. Lief einigermaßen gut aus. Seht, haben die ja richtig gut gemacht, also. Aber so hat schon. Gut, gibt's eine Möglichkeit, jetzt zufällig nochmal ein Tor zu machen? Ja, die Gegner machen das jetzt. Das habe ich gesehen. Oder auch nicht. Du siehst ziemlich weh für ein Bild, ne? Fässer. Ne, tut mir leid, ich bin da umkreis. Oh, lol. Ne, äh. Ja, gut. Oh, lol, was? Ey, ich hab die voll manipuliert. Guck dir das an. So, ich tu jetzt so? Wahrscheinlich macht ihr hier noch selber rein. Ich weiß. Ist natürlich jetzt mies gewesen, aber muss ja auch mal sein, ne? Weil ich selber schuld, also. Also, die Runden direkt mal mit dem Win anfangen. Ja. Das muss jetzt auch so bleiben, ne? Quatsch. Bin dafür, dass wir die nächsten drei Runden zufällig verlieren werden. Ganz rein zufällig. Ganz rein zufällig. Ja, ganz rein. Ganz rein. Oh, gehst du weg. Du störst. Danke. Ja, gerne. Für dich tu ich doch alles. Oh, ne. Oh, ne. Gehst du weg. Ne? Okay, dann kann ich ja jetzt neigen. Dann halt nicht. Finde ich jetzt nicht so cool. Lass mich halt nicht. Aber so ein Tor ist schon angebracht. Was? Du musst den auch dann auch schon rein machen. Ja. Und ich muss den treffen. Alles klar. Komm, du Schnitzel, weißt du? Ja. Hier. Extra gepasst. Sollte eigentlich reingehen. Ja. So gut ist das. Komm, unser bester Torwart. Schade. Muss man sagen. Bester Torwart. EU-Best. In der Geschichte von Basketball. Von Minigolf, genau. Jo, wahrscheinlich. Äh, gut. Der kam da jetzt angeflogen. Hat den Ball leider vergessen. Ja, gut, ne. Flugzeige vergessen auch schon mal öfters. So. Ein paar Dudes meinst du jetzt? Ja, klar. Bester. Oh, ich hab da was vergessen. Ich muss mal kurz abstürzen. He. 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 Oder mal im Hochhaus parken, ne. He. Boah, jo, wahrscheinlich, ey. Richtig gut. Ja, wenn man grad nichts anderes hat, ne. Ja. Nee. Ist klar. Du machst das? Wunderbar. Ey, da konntest du sogar recht haben. Okay. Das sieht gut aus. Die ganze Parade hier ist ja gut aus. Und solche. Aber ich wollte ihn jetzt eigentlich... Was mach ich denn jetzt wieder im Tor? Hallo? Da ist er. Schauber. Also, wir stehen schon 4 zu 0. Das geht aber noch besser. Also. So, erstmal ein Headrick. Wir haben jetzt 2 Minuten gebraucht für dieses Tor. Das können wir nicht zulassen. 2 Stunden für diese Aufnahme. Nein, Spaß. He. Da ist vom gespult. Na gut. Wird eng. Wird nicht eng. Wann wird's lol. Alter. Der war ja gar nicht mal so gut. Ja, danke, dass du den, äh, nicht reingemacht hast. Der lieber Gegner. Ja, ich wollte dir auch mal eine Chance geben. Damit die den vorkacken können, weiß ich. Aber das war natürlich wieder zu schnell. Oh, warte. Warte. Der ist noch heiß. Mhm. Tatsächlich. Der noch heiß ist. Ja. Du siehst du, die ganze Zeit in den leeren Feld. Oh, lol. Was? Schade. Bin ich mal drangekommen. Oh. Ha. Au. Nein. Ah, ein Ehrentraffer, der Mann hat. Na gut. Hätt ich jetzt nicht sein müssen, weißt du. Hätt ich jetzt nicht sein müssen, weißt du. Guck dir das an. Ah, ein Ehrentraffer, der Mann hat. Sag. So unverdient. Kann man auch hier Punkt haben zu sagen. Ja. Ich mein, eben echt neben welcher auch in Fußball-OP gäbe es da nicht dieses andere Problem. Wenn du keinen Ball hast. Ne, dass du keinen Fußball spielen kannst. Weißt du. Weil ich sagte, liegt jetzt am Fußball, weißt du. Da ist ein Magnet drin, hast recht. Ja. Der wollte immer an dein eigenes Tor, ne? Der eigentlich ins Auslöser. Dann spielst du noch an einem Berg, ne? Du weißt immer das untere Tor. Schade. Aber der dürfte jetzt dann auch mal reingehen. Wenn du möchtest, also der Ball ist da so. Bei dir? Denkst du auch so cool, dass mich noch rein... Ne, 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 hallo. Hast du die und das auf? Alles klar. Gut. In elf Sekunden. Das will ich sehen. Boah, lol. Ich achte irgendwie nie auf die Zeit. Ja. Das sieht man. Oh, komm, der wär rein. Sauber. Haben wir gewonnen, so muss das. So geht das. Wunderbar. Klasse. Nächste. Nächste Runde. Zack. Mensch, ich suche die. Die erste, die für gerade ist gut. Muss man sagen. Besser geht's nicht. Doch. Besser geht's nicht. 4-1. 4-1. Ja, eben. 4-1, ehrlich genommen. 4-3, weil ist nicht ganz so gut. So ein neues Ziel, 5-0. Klasse. Für die Gegner. Natürlich. Kokomo. Ja, alles klar. Den Namen möchte ich mir jetzt erstmal nicht, sonst hatte ich das nicht vor. Oh shit. Fliege erstmal, wunderbar. Also Flügel habe ich jetzt noch nicht, aber kann trotzdem gut fliegen, weiß ich. Ah, die haben die ganz dicken Brummer. Ja, ganz dicken. Werksarbeit. Ich habe keine Ahnung, wie der Fahrzeug hier heißt, aber wird nur aufgenommen, hab ich gesehen. Hä, was? Dieses Fahrzeug hier, was die Gegner haben. Wir haben ja den Seiben. Ja. Wurde ich sagen, wurde aufgenommen. Sehr oft. Ja, okay. Nee, ist nur so kleiner, keine Randinformation, weißt du. Ja, darum nehme ich den ja nicht, ne? Das ist ja jetzt natürlich, äh. Ja, klar, komm. Der muss. Komm, der ist in diese Richtung. Muss ich halt immer noch beibringen. Kannst du ja natürlich auch sein lassen, aber ich weiß nicht, ob du was was bringt. Ich mache das jetzt. Ja, ist ja jetzt nicht mein Problem. Siehst du? Wenn ich sag, soll ich nicht mein Problem? Ist das nicht mein? Ja, klar. Kommt der auch noch da. Von der Seite. Ich glaube, es hackt wohl. Es hackt. Und zwar Hackfleisch. Ja, alles, wie du es hast gemacht. Ja. Nur wird das dann doch nix, aber... Ja, doch, man kann das. Ja, doch, höchstens für Gegner. Nee, nee, nee. Stimmt. Der Handtreffer. Der muss. Ja. Unbedingt. Wir fahren auch von rechts nach links, weißt du? Alles klar, danke. Das nehme ich an. Vielen Dank. Ist mal ein bisschen weniger kaputt. Ja, tut mir leid. Hab grad keinen Panzerparat. Da wird der Ball ja auch kaputt gehen. Ja, bitte. Wie wärs mal mit nem Fahrrad? Ja, macht zu wenig. Klar. Ja. Der war recht vorm Tor. Tja. Ne, ich leid. Ähm. Ähm. Ich hab das. Ähm. Gut, ich werd jetzt doch ein bisschen gefällig. Oh, jawoll. Tschüss, ne? Er tut mir einfach. Ja, der kommt gut. Ich nicht. Hab ich gesehen. Ich, äh, bin jetzt da auch überhaupt nicht gut geflogen. Ich hab grad auf. Sag mal. Können du auch bei? Wir können doch genau so wenig, weißt du? Ja doch, wir können ein bisschen mehr als die, weißt du? Wir zeigen's nur nicht. Wenn die jetzt das drauf machen, weißt du, dann war dein Satz sowas von... Ne, ne. Ja, ne. Und jetzt? Was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt? Was ich jetzt sag? Hallo, ne? Toa, ne? Merk dir. Hallo, Toa. Ich merk dir. Ich schaue, dass die nicht antworten. Aber ich glaub, das passiert ziemlich selten. Du kannst dir mal ausprobieren. Es steht immer ne Hoffnung, dass die antworten. Du musst ja vielleicht mal auf ne andere Sprache versuchen. Chinesisch ist immer ne gute Idee. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Warte. Hey. Merk dir, ne? Merk dir, ne? Merk dir. Bonjour. Merk dir, ne? Niesesmal 5-0, ne? Wird immer realistischer. Ich bin ja bonio. Verstanden habe ich da zwar jetzt nicht, aber gut. Ist das Französische oder das Englische verstanden? Englisch gesprochen haben. Der Französische. Ganz sicher. Wann? 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 So, ich drehe mich dann für ne Stunde mal im Kreis. Wann? 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 Ich bin mein zweiter �grömler. Ja, mein Ziel. Wenn du nur binnen reingeht. Wann eng! Hast aber schon scheiße gemacht. Muss man sagen, könnte man besser machen können. Ich liebe das Geräusch, dass dich in deiner Kamera macht. Sitz. Ich musste sehen, ich bin einfach bei vorbei gefahren jetzt. Ne, wollte ich den jetzt nehmen? So, ich bin ja mal weg. Ich weg jetzt schon. Noch ein Tor, dann sind wir zufrieden. Dann haben wir unsere Ziederei. Das wär so edel gewesen, bin ja reingegangen. Also ich finde, ich brauch auch mal wieder eins. Ja, unbedingt. Nachher gehst du noch leer aus. Oh, Leute, der wär fast sofort reingegangen. Oh, der wär bei mir fast eben reingegangen. Leute. Na! Oh! Oh, hi! So geht das. Ja! Ja! Ja, sauber! 5-0! Jetzt dürfen wir kein Turm mehr machen. Sonst wird das nix. So, total passiv. Wir spielen jetzt einfach nur Scheißboden, ja? Danke. Wir dürfen den Bein nicht mehr reinlassen. Also, ich trinne mich jetzt erstmal auf den Kopf. Danke. Ja, der ist schon mal ein guter Start. Was war denn denn? Der ist auch so ein bisschen drunk. Nein! Wir dürfen ihn nicht reinlassen. Boah, nein, was? Nein! Komm, 6-1! 5-1! Ich will mich verarschen. Das war jetzt aber nicht so geplant. Ja, nächstes Mal ist ihn kaputt. Ja! Das heißt, jetzt noch ein Gegentor. Unbedingt. Verkackt den! Jetzt nicht. Den kriegt man hin. Der Grundsatz hat leider nicht mehr hin. Unser Ziel haben wir jetzt leider nicht mehr erreicht. Warum auch immer. Schade. Ne? Aber ich hoffe, es haut euch gefallen, ne? Ich hoffe, genau dasselbe auch. Ne, da darfst du nicht. Ja, dann nicht. Dann bin ich halt... Und... Ich hoffe, ihr fand scheiße, dislike. Und bitte alles da lassen, Kasse. Ein bisschen weitergehen. Wunderbar. Tschuldigung. Und tschüss! 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 Tschüss!